So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerin zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Wie ihr seht haben wir einen Mordsnabe in der Brust und wir sind nackisch. Das liegt daran, dass wir gerade die Laufbahn gewechselt haben. Was anscheinend weniger schlimm ist, weil wir viele Sachen wieder nutzen können. Tatsächlich alles außer unseren Kriegshammer. Naja, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Den können wir direkt einlagern und jetzt zeigt mir mal, ob wir irgendwas haben, waffentechnisch. Holzwand-Schild. Der würde gehen. Den hau ich safe weg. Haben wir da jetzt eigentlich auch so? Ist da dermaßen coole Ganzkörper-Monturen bekommen? Nicht, oder? Also wir hätten auf jeden Fall hier die Holzwand. Das andere Schild können wir zurückgeben. So, was ist denn los? Das andere Schild können wir zurückgeben. So, jetzt. Rostiger Schild hier. So, dann brauchen wir... Feenklinge, Breitschwert. Streitkolben. Streitkolben ist noch mächtiger. Kampfstab kann ich nicht viel abgewinnen. Holzwand ist das stärkste Schild, das man bekommt. Nice. Pass auf, da nehme ich den Streitkolben. Ähm, gehörnter Helm ist glaube ich hier das Nonplusultra. Hier haben wir sowieso die besten Sachen gekauft, die für unseren Charakter am sinnvollsten sind. Man kann den... Nein, 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 nein. Man kann natürlich den auch so ein bisschen auf Mage spielen, aber ich meine, wenn ich einen Mage spielen will, dann mal... Boah, ist das so ein... Der sah viel kleiner aus. Uiuiui. So, verbessern. Kann man die Holzwand schon irgendwie verbessern? Auf Stufe 2 mit Kupfererzt, da sind wir doch gleich mal dabei. Und das Gewicht verringert sich auch noch zusätzlich. Oh, Fischaugenstein. Direkt auf Stufe 3. 12.000 Gold. Ciao Leben, danke schön. Was brauchen wir für dich noch? Holzbretter. Und ich... Oh, und ich verschandle sie. Gut. Das heißt, wir sind dafür schon mal ausgerüstet. Nein, nein, ich Laufbahn wechseln. Also wir haben den Kämpfer fast auf den höchsten Rang, wir haben den Krieger fast auf den höchsten Rang. Müssen wir uns noch drum kümmern, dass wir das früher oder später pushen. Jetzt sind wir aber erstmal mystischer Krieger. Andromache können wir aus welchen Gründen auch immer nicht... Nicht... Nicht pushen. Es geht nicht. Deswegen mache ich sie jetzt erstmal zum Streicher nochmal. Ah ja, die würde ja auch dann die Ausrüstung wechseln. Okay. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Den kann sie nutzen. Ah, nice. Aber sie kann... Wir können zumindest auf alles zugreifen, was sich hier befindet. Weiße Strümpfe sind, denke ich, ganz gut. Die kann man nutzen. Aber uns fehlt ja noch eine Hose. Ich check immer noch nicht, was es mit dieser Königin in Garnitur auf sich hat. Aber du brauchst auf jeden Fall noch einen anderen Bogen. Vermutlich einen kleineren Bogen. Ja, wir brauchen für sie einen kleineren Bogen, mein Freund. Den man schön als Zweitwaffe nutzen kann. Hier der Waldbogen. Ja, der ist optimal. Der ist optimal, mein Freund. Ja, damit. Ja. Wunderbar. Und dann würde ich den gleich noch gern verbessern, wenn das irgendwie möglich ist. Stufe 2, Wasser, Enzianwurzel. Rein damit, 1280 Gold. Jawohl. Schön. Ich finde es auch geil, dass das Gewicht weniger wird dadurch. So. Gut. Der kann weg. Das mit dem Pfeil. Das ist nicht funktioniert, gell. Gut, wir haben das alles erledigt. Jetzt pass mal auf. Ich will auf jeden Fall auch hier ein bisschen was wegbekommen. Die ganzen Ringe. Ah, die vielleicht nicht. Das sind DLC-Ringe. Hier. Hier. Ähm, dann noch Rüstungen. Die können sogar nur Frauen tragen, diese weißen Strümpfe. Sind relativ stark, das sind Schlachtbeinschienen. Also ich würde mal sagen, die gelben Gamaschen hauen wir auf jeden Fall weg. Hier können wir auch eine Portion weghauen. Also die ganzen Special Sachen haue ich nicht weg. Auch diese Vollgarnituren. Die haue ich weg. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, die zu behalten oder nicht. Das ist doch... Das ist doch Quatsch, oder? Von mir aus behalten wir den Rest. Aber den Teil verkaufen wir auf jeden Fall schon mal. Dann ist der weg. So. Ne, verkaufen will ich was. So, die Tiara. Dann dich. Ist halt alles auch so unglaublich viel wert. Also really, das ist halt wirklich... Machst du halt auch gut Gold jetzt damit. Ja. So schnell macht man mal 130.000 Gold, Freunde, wenn man möchte. So, jetzt zu unseren Fähigkeiten. Und dann kümmern wir uns noch um unser Inventar. Was haben wir denn für Fertigkeiten? Explosion. Er rast dem Ziel entgegen und versetzt dem Ziel einen gewaltigen Schlag. Mit Stab hätten wir den Kamin, entfesselt ein Feuerball, der bei Kontakt explodiert und das Ziel sowie umstehende Gegner in Brand setzt. Okay. Folgige Antwort. Wirft Gegner zurück, denn wenn der Anwender einen Angriff blockt, ein perfekter Block beschwört ein Feuerball. Okay. Also als allererstes Mal will ich Standhaftigkeit. Vermindert den durch physische Angriffe erlittenen Schaden. Ich glaube, dass wir den schon haben, oder? Schrecknisattacke. Die Fortschritte vor meiner Grundfertigkeit. Die eine Serie von Schwerthieben ein neues Muster hinzufügt. Wir haben mit. Und Demütigung. Die fortgeschrittene Form einer Grundfertigkeit. Die einen kraftvollen Stoß effektiver macht. Nehmen wir auch mit. So. Weil die bleiben ja. Jetzt will ich... Ne, haben wir tatsächlich nicht. Das können wir jetzt wieder wegtun. Da würde ich die Standhaftigkeit mal einbauen. Kühnheit halbiert die erlittenen Verletzungen, wenn der Anwender einen konzentrierten Treffer leidet. Äh, brauche ich jetzt auch nicht dringend. Der Rückzug bringt uns nichts. Muskelkraft. Oh, wir haben aber die Kondition noch. Dann würde ich tatsächlich auf die Muskelkraft zurückgehen. Oh Gott, das geht schon wieder irgendwie nicht. So. Gut. Fähigkeiten erlernen. Großer Schnitt. Schlägt beim Zurückfallen eine breite Schneise mit der Klinge, um gegnerische Angriffe zu vermeiden? Himmelstanz. Bewirkt ein Luftsprung, der in einem furiosen Vorwärtshieb mündet und einen mächtigen Hieb erzeugt? Okay. Ähm. Ja, okay. Wir müssen halt früher oder später mal den Stab nutzen. So, jetzt hauen wir hier auf jeden Fall mal den großen Schnitt rein. Hier hauen wir den Himmelstanz rein. Stab noch nicht. Das passt ja soweit. Brasilia, es erzeugt ein kompaktes Kältefeld, um den Anwender, das bei Kontakt mit dem Gegner Eisschaden verursacht. Okay. Klingt nice. Blitzregen zerschmettert den Gegner mit Blitzen. Besonders effektiv, um Gegner aus dem Versteck zu locken. Klingt auch nice. Hier haben wir noch verschiedene Antworten. Äh. Stopp. Eisige Antwort, wirft den Gegner zurück, wenn der Anwender einen Angriff blockt. Ein perfekter Block friert den Gegner mit Eis ein. Und dann noch donnernde Antwort, wirft den Gegner zurück, wenn der Anwender einen Angriff blockt. Ein perfekter Block beschwert einen Blitzschlag. Boah, ich glaub, das wird... Also gut, wir haben noch heilige Antwort und dunkler Konter. Das wird natürlich auch mächtigste Skills gebrauchen, dass ich das irgendwie hinbekomme. Wir sind auf jeden Fall ein Elementarkämpfer. Das merkt man. Das ist dieser mystische Krieger. So. Andromache. Du bist ja mittlerweile jetzt wieder Streicher, genau. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall mal... Oh. Okay. Die hast du schon komplett. Schnelles lösen die Fortgeschritte vor meiner Grundfertigkeit. Der nächste Pfeil kann dann noch schneller gelegt werden. Das klingt gut. Die nehmen wir mit. Boah, was mach ich denn mit ihr, wenn sie dann alle Fertigkeiten durch hat? Wurf und Zünden. Ihr katapultiert den Gegner in die Luft. Ein weiterer Befehl lässt jede Menge Sprengstoff hochgehen. Okay. Wurf und Zünden. Blend, Spurt. Neubeginn. Bringt den Anwender in eine neutrale Kampfhaltung und beseitigt Eröffnungen anderer Aktionen. Sprungbrett. Ein rasanter Sprungtritt, der den Gegner als Sprungbrett nutzt, um noch höher springen zu können. Okay. Also Neubeginn, Sprungbrett und Wurf und Zünden. Was wird es heute noch nicht fertig sein? Hier haben wir auch noch ein paar Fertigkeiten, die wir dann ausprobieren können. So, jetzt fünf. Hier ist die Triade. Schießt drei Pfeile in keilförmiger Anordnung. So. Volle Dehnung. Spannt den Bogen mit voller Kraft und schießt den Pfeil geradeaus. Und der Pfeilregen schießt unzählige Pfeile gegen den Himmel, die in einem weiten Radius herabregnen. Ich dachte eigentlich, dass wir das schon haben alles. Anscheinend nicht. Ah, vielleicht aber auch einfach mit dem anderen Bogen. Kann natürlich auch sein. So. Bogenfertigkeiten haben wir, Kernfertigkeiten auch. Hier haben wir auch alles. Dann lasst uns nochmal kurz über ihre Hauptfertigkeiten gehen. Beständigkeit erweitert die Obergrenze der Ausdauer. Gewandtheit. Das ist nicht so wichtig. Bewirkt, dass die Laterne einen größeren Bereich erhält. Das macht Sinn. Fringert den Rückstoß, wenn der Bogen abgefeuert wird. Die können wir aber jetzt nicht nehmen. Schneid bewirkt, dass die Beweglichkeit erhalten bleibt, auch wenn die Ausdauer verbraucht ist. Überlegenheit verlagt Sprungangriffe mit mehr Kraft. Uah, das wollte ich nicht. Arm stärker halbiert den Verbrauch der Ausdauer beim Festhalten von Objekten. Ja, wobei sie springt auch immer den Feind an. Das ist schon gar nicht so schlecht. Naja, mach doch jetzt, oder? Strahlen können wir weghauen. Langlebigkeit, das ist auf jeden Fall gut. Flugbahn. Gewandtheit wollten wir noch. Ne, Beständigkeit. Oh ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich nehme da lieber die Dämpfung. Ja, so finde ich es gut. So finde ich es gut. So, und jetzt kümmern wir uns ja um den eigentlichen Spaß. Das kombinieren, Freunde. Jetzt geht's los. Moment, Moment, bevor ich das mache, hole ich mir noch mal ein paar, ein paar, sagen wir mal, meine Stimme verkackt jetzt dann, ein paar von diesen luftdichten Flaschen. Hallo, hallo. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich war im Blocken nie so der King, also auch in Dark Souls Spielen. War immer so, eine meiner nicht besten Skills. Guti. Wir hauen halt jetzt eine ganze Folge raus, ne, für diese ganzen Vorbereitungen. Aber wir haben auch echt viel geschafft jetzt in letzter Zeit. Da muss man das schon mal machen. So, drei behalten wir mal bei uns. Und let's go. So. Sehr grün lattig. Okay, können wir zu getrockneten Kräutern weiterverarbeiten, dann machen wir 14 draus. Das ist eine schönere Zahl. Der wirksame Grünlattig kann zum Abgelagerten werden, okay. Von dem wir, by the way, auch wirklich reichlich haben. Hier können wir nichts machen. Pilze. Nee, leider nicht. Ja, komm, dann machen wir es so. Dann haben wir direkt sechs von den Drudenpilzen. Ich versuche immer irgendwie schöne Zahlen zu bekommen. Giftflasche. Bei Giftflasche ist es mir aber wurscht. Wobei, nicht ganz. Schön. So, Nackenfettöl. Da können wir Ölpfeile und Flaschendingen draus machen. Hier können wir Wolkenwein draus machen. Ja, dann do it. Eigentlich könnten wir auch immer die kleinen Nüsse, weil die großen bringen uns, glaube ich, ein bisschen mehr. Hier können wir... Ah, okay. Das fand ich übrigens doch, das Aufmutterungsduftwasser fand ich ganz nice eigentlich zum Schluss. Und hier können wir halt was... Ja, dann machen wir jetzt Balsam, weil wir von dem anderen mehr haben. So. Nee. Auf jeden Fall mit der Alraune hätte ich gern zwei Steinmoosumschläge. Bin ich jetzt gespannt. Pfaffentrunk. Was bringt der? Ein einzigartiges medizinisches Gebräu, das die Abwehr wiederherstellt. Ah. Ja, dann do it. Schauen wir doch, dass wir das Zeug vernünftig verwenden. Was haben wir hier? Sturspross. Können wir einen Rachenschmeichler zusätzlich machen. Genau. Aus der Riffblüte Karmesinrotes Gebräu. Was können wir hier draus noch machen? Auch. Boah. Das Karmesinrote Gebräu ist halt wirklich ein sinnvoller Katalysator für weitere Kombinationen, Freunde. Hier geht nicht. Hier geht auch nicht. So, jetzt haben wir hier relativ viel von den saugfähigen Lappen. Dann machen wir doch hier noch Chaksa. Ist jetzt nicht genau aufgeteilt. Scheiß drauf. Mitritatum können wir nicht verwenden. Scharlach, Engelwurz könnten wir in der Gabe der Kraft machen. Muss jetzt nicht sein. Getrocknete Kräuter haben wir genug. Eilgebräu. Ja, dann do it. Ja, okay. Ah, die Extrakte scheinen nochmal ein bisschen mächtiger zu sein. Da kommt was Neues dabei rum. Okay. Silberweizenpaste. Mixtur aus magischem Silberweizen. Nehmt sie ein, um eure Magie für kurze Zeit zu verstärken. Das geht jedoch auf Kosten der Abwehr. Okay, muss einem also im Prinzip wert sein. So, hier haben wir unsere Nüsschen. Und hier haben wir jetzt unsere Bären und das ganze Essen. Alles klar. Ähm. Was ist, wenn ich das jetzt nochmal einlege? Kann ich dann zumindest die Gefährlichkeit des faulen Eis umgehen? Das geht. Okay. Dann legen wir auf jeden Fall jetzt mal unser ganzes Essen ein. Zumindest den... Oh, die Fische, die schaffen wir nicht alle. Zumindest das, was hier noch gut ist. Wir können uns natürlich auch einfach nochmal luftdichte Flaschen kaufen. Scheiß doch drauf. Da. Ist doch viel besser. Ist doch viel besser. Wenn wir das jetzt alles ausgeben. Weil wir haben so viel Kohle und so. Und dann haben wir zumindest vernünftige Nahrung. Die wir mitnehmen können. Doch safe essen können. So. Ich ziehe einfach nochmal los und hole uns nochmal irgendwie... Keine Ahnung. 100, 200 von diesen Dingern. Erinnere mich, dass du genug zu schädigen hast. Warum nicht? Daikou! So, meine Liebe. Ich hoffe, du hast noch ein paar luftdichte Flaschen für mich. Ich nehme 130. Let's go. Das füllt sich sowieso die ganze Zeit auf. Take all the time you like. Da schleppt er sich zurück. Schön. Na, einlagern. Kombinieren. Let's go. So, ewige Beerenfrüchte. Sehr schön. Alles rein damit. Was haben wir hier noch? Da machen wir uns ein paar ewige Futterbohnen draus. Aus den Möhren. Ein paar ewige Möhren. Ja, das sind schon... Aber ich glaube, wenn wir die einlegen, dann entziehen wir ihnen zumindest den negativen Nebeneffekt. Wisst ihr? Was können wir damit machen? Weißer Likör. Okay. Das klingt irgendwie interessant. Ewiger gammeliger Kürbis. Immer gut. Kann man sich noch Suppe draus machen. Also, die können wir ja mehr machen. Nackenfettöl. Aber das haben wir alles schon. Deswegen lege ich es einfach ein. Ranzige Fische. Trotz ein... Also, ich würde die Sachen ja nicht mal fressen. Auch wenn wir sie luftdicht verpacken. Den kann man doch mit irgendwas kombinieren. Aber es steht noch nicht fest mit was. Verfaulte Futterbohne. Okay. Das sind, glaube ich, die Sachen, die du wirklich nicht mal fressen kannst, als wenn du sie noch luftdicht verpackst. Auch wenn die Möglichkeit besteht, es zu tun. Faffentrunk. Ja, was kannst du daraus machen? Goldbohnenpulver. Eine Mixtur aus magischen Goldbohnen. Nehmt sie ein, um eure magische Abwehr für Kurzzeit zu verstärken. Das geht doch auf Kosten der Stärke. Oh, hey. Das sind diese ganzen Gegenstände, die am Ende einerseits den positiven Effekt haben, andererseits aber auch einen negativen. Blendpfeil können wir... Ach, das sind die ewigen Dinger jetzt. Können wir immer noch weiter kombinieren zu Pfeilen, was man halt aus Futterbohnen so macht. Okay. Gut. Sehr schön. Dann hier. Können wir uns nachher drum kümmern, um den Spaß? Flasche mit Giftflasche. Machen wir noch eine mehr. Öl, kriegst noch eine mehr. Giftflasche, Flasche mit Öl. Sonst nichts. Naja, das wäre für das Leichentuch. Das können wir tatsächlich machen. Augenklar brauchen wir keins mehr. Bevor wir 17 haben, haben wir lieber 18. Jetzt haben wir auch relativ wenig Wasserflaschen eigentlich. Lass uns doch noch eine mitnehmen. So, Öl. Pfeile brauche ich keine. Das ist Gift. Giftpfeile brauche ich jetzt auch nicht zwingend. Das können wir sowieso nur mit dem Wasser füllen. Ja, dann lass uns das doch machen. Wenn das eh das Einzige ist, was wir tun können, dann brauchen wir die nicht aufheben. Steine. Habe ich genug. Von den meisten habe ich einfach schon genug. Als dass ich da jetzt zwingend noch weiter kombinieren müsste. Eine Gabe der Kraft. So. Jetzt haben wir es dann halt wirklich geschafft. Ne. Ach, dann haben wir ihn wieder liegen. Ja, komm, den lassen wir jetzt so. Oh je. Oh je, ich sehe schon. Da kommt noch... Oh, da kommt noch einiges auf uns zu. Haben wir hier noch irgendwie was, was wir... ...spontan jetzt ändern könnten hier? Komm, von dem haben wir mehr. Machen wir uns noch einen Skelettschlüssel. Die Dinger behalte ich auf jeden Fall. Auch wenn man daraus irgendwas cooles machen könnte anscheinend. Das Brett brauche ich tatsächlich. Ich behalte den Rest jetzt einfach mal. Okay. So. So. für was anderes können wir den Wolkenmeinig gebrauchen da machen wir getrocknete Kräuter draus die finde ich auch eigentlich sehr praktisch Sturmholzsaft Flammbandtau brauche ich nicht mehr Stachelnuss können wir nicht weiterverwenden die können wir einlegen naja dann bleibt er wenigstens frisch dann bleibt er wenigstens frisch Leute ich gehe nochmal los und hole nochmal so ein paar wahrscheinlich kriegt man nur so viel Geld um einfach diese luftdichten Flaschen zu kaufen das ist der einzige Sinn dahinter sonst macht das ja alles keinen Sinn da kommen wir nehmen gleich 140 mit es werden immer mehr es werden immer mehr Freunde so jetzt wird es aber richtig schwer oh es fühlt sich auch schwer an ja gut Freunde wir sind nicht ganz durchgekommen mit dem Kombinieren jetzt ich verabschiede mich wir werden beim nächsten Mal das steht einfach immer an wenn wir so lange Reisen hinter uns haben und so viel Neues entdecken dann müssen wir uns da durchplagen aber es wird sich auf jeden Fall lohnen für uns wir werden das nächste Mal weiter kombinieren unsere Leute ausrüsten entsprechend um dann eine Eskortenaufgabe zu lösen ich werde auch nochmal kurz die drei schwarzen Bretter abklappern einfach um zu schauen ob es vielleicht doch was Neues gibt und dann werden wir uns auf zu Schattenfeste machen und einen Eskortenauftrag lösen ich freue mich drauf bleibt mir gesund haut rein euer Udin-Display ciao 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 Vielen Dank.